Hallo zusammen und willkommen. Abnehmen im Schlaf, wer möchte das nicht? Gerade Fettschichten am Bauch lassen sich schwer beseitigen. In unserem heutigen Video stellen wir Dir ein einfaches Rezept mit Hausmitteln vor, die jeder in der Küche hat. Damit kannst Du innerhalb von 7 Tagen bis zu 7 Kilo abspecken. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst Du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für Dich hochladen. Du benötigst 2 Äpfel, 1 Aubergine, den Saft einer Zitrone. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Zunächst einmal schälst Du 2 Äpfel. Raspel diese nun klein. Schäle nun eine Aubergine und füge diese zu den Äpfeln hinzu. Vermische die Zutaten gut und gebe nun noch frisch gepressten Zitronensaft hinzu. Nun genießt Du das Gericht etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde vor dem Schlafengehen. Vielleicht fragst Du Dich, warum gerade diese Lebensmittel so einen guten Effekt auf die Fettverbrennung haben. Äpfel enthalten den Ballaststoff Pektin, der den Insulinspiegel stabilisiert und gleichzeitig Heißhunger entgehen wirkt. Außerdem unterstützt die rote Frucht die schlanken Darmbakterien. Neben Vitamin C enthält der Apfel zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe, die den Fettabbau fördern. Am besten verwendest Du Bio-Äpfel, da diese weniger Pertizide enthalten. Auch die Aubergine gilt als echte Nährstoffbombe, denn sie ist nicht nur gesund, sondern macht auch noch satt und schlank. Mit nur 20 Kilokalorien auf 100 Gramm und einem Wassergehalt von 90% ist die Frucht ausgesprochen kalorienarm. Insbesondere die enthaltenen Ballaststoffe regen die Verdauung an, machen satt und helfen der Leber beim Abbau von Fett. Darüber hinaus haben Aubergine noch viele praktische Nebeneffekte, von denen der ganze Körper profitiert. Sie sind reich an Kalium, Vitamin C und wertvollen B-Vitaminen, die besonders unterstützend für das Herz-Kreislauf-System sind. Von der fettreduzierenden Wirkung der Zitrone hast Du vielleicht schon einmal gehört. Der frisch gepresste Saft dieser Frucht gilt als effektiver Diätbooster, weshalb viele auf Zitronenwasser am Morgen schwören. Doch auch in Kombination mit einem Apfel-Auberginen-Gericht leistet die Zitrone einen wertvollen Beitrag. Das liegt vor allem am hohen Vitamin C-Gehalt. Dieser wirkt nicht nur entgiften, sondern regt auch den Fettstoffwechsel zur Höchstleistung an. Das enthaltene Kalium hat außerdem eine entwässerende Wirkung auf den gesamten Organismus. Ein weiterer Pluspunkt besteht darin, dass sich Zitrone auch von innen wunderbar auf den Hautbild auswirkt und für reinere Poren sorgt. Die enthaltenen Antioxidantien beugen dem natürlichen Alterungsprozess vor und lassen sich strahlender und frischer erscheinen. Unser kurzes Fazit Wie Du siehst, unterstützt dieses leckere Rezept Deinen Fettabbau auf vielversprechende Weise. Natürlich reicht es nicht allein abends davon zu essen, denn ein wenig Bewegung solltest Du unbedingt in Deinen Alltag einbauen. Achte außerdem darauf, dass Du Dich in diesen 7 Tagen der Entschlackungskur gesund ernährst und vermehrt frisches Gemüse sowie Obst zu Dir nimmst. Trinke ausreichend Wasser oder ungesüßten Tee pro Tag. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.